Kalimera-Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben wieder aktuelle News für euch und ich habe einen interessanten Artikel in Hanja News für euch. Den Artikel verlinke ich natürlich unten wie immer in der Videobeschreibung. Und es geht um die Ruhezeiten hier in Griechenland. Und ja, da muss ich ehrlich gesagt dazu sagen, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass es hier so wirklich Ruhezeiten öffentliche gibt. Aber dazu noch später, warum und wieso ich das halt erwähne. Und zwar, es gibt das Ruhezeitengesetz, ist in einer Polizeiverordnung verankert, und zwar in der Polizeiverordnung 3 aus dem Jahre 1996. Es gibt zwei verschiedene Ruhezeiten, nämlich für den Sommer und für den Winter. Und jetzt, kurz vor der Zeitumstellung, gab es halt den Bericht hier in Hanja News, dass sich die Zeiten hier ändern. Und zwar, Ruhezeiten sind von jeden Tag von 15 bis 17.30 Uhr und 23.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Das betrifft die Sommerzeiten, also die Sommersaison und so weiter. In der Winterzeit gibt es die Ruhezeit von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr und von 22.00 Uhr bis 7.30 Uhr. Und ich muss sagen, ich habe mir den Bericht durchgelesen. Wie gesagt, lese es euch unten selber durch, was alles unter Ruhestörung empfunden wird. Und die Strafen dazu, muss ich sagen, da habe ich ehrlich gesagt selbst schauen müssen, weil es gibt für Verstöße gegen die Ruhezeiten Gefängnis bis zu fünf Monate oder aber auch einen Tagessatz von 50 bis 100 Tagessätzen. Also, dass es Strafen gibt, sogar die mit Knast belegt werden, muss ich sagen, ist wahrscheinlich heftig. Gibt es natürlich in Österreich nicht. Es gibt natürlich auch in Österreich Ruhezeiten, die man einhalten muss. Speziell in den Bereichen jetzt eigene Wohnungen, wenn du in einem Mietshaus wohnst oder aber auch am Land Sonntagsruhe und so weiter. Es ist natürlich klar, wenn du in einem südlichen Land wohnst, wo sehr viele Urlauber sind, also wo der Tourismus Nummer eins ist, dass es etwas lauter zugehen kann. Nur es ist dann der Unterschied, ob du jetzt in einem Ort wohnst, wo ein Hotel neben dem anderen wohnt, ist natürlich die Lärmbelästigung ganz anders als wie in einem abgelegenen Bergdorf. Und wenn man die Absicht hat, auszuwandern, macht man sich natürlich Gedanken, in welchem Bereich möchte ich leben. Und wir haben genau gewusst, okay, unten im Dorf ist die Partymeile, da ist Rambazamba bis drei, vier in der Früh. Okay, wir wollen uns etwas Ruhigeres suchen. Und dann sind wir fünf Kilometer ins Bergdorf gewandert. Das Fatale aber daran ist, wir sind in einer reinen Wohngegend. Und es gibt genau eine Taverne, das war es, also keine Einkaufsmöglichkeiten, nichts. Also eine reine Wohngegend. Und das Fatale daran ist, wir haben im Umkreis drei oder vier Airbnb-Anlagen. Also das sind Anlagen mit, ich sage jetzt mal, fünf, sechs bis zehn Apartments mitten in der Wohngegend. Und ich muss sagen, wir haben unser Apartment jetzt seit 2019 und wir hatten eigentlich nie Probleme. Es ist natürlich logisch, in Zeiten, wo man sich zurückhalten muss, die Reisefreiheit eingeschränkt wird und, 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 dass man danach dann den Drang verspürt, natürlich Partys zu machen. Und wir haben genau neben uns, neben unserer Anlage, haben wir so eine Airbnb-Anlage. Und da ist seit exakt zwei Monaten wirklich Party. Zu 90 Prozent kommen junge Leute, klar, die feiern dann ausgelassen. Aber wenn der Lärm durchgehend von zwölf Uhr mittags bis um drei, vier in der Früh andauert, und da spreche ich natürlich von Gegröle am Pool und wirklich extrem laute Musik. Man muss sich auch vorstellen, im Sommer hat es 30, 35 Grad. Wir hatten sogar zwei Wochen, wo es über 40 Grad gehabt hat. Und du kannst kein Fenster aufmachen, weil genau das Fenster neben der Poolanlage ist von der Airbnb-Anlage. Also man kommt dann, es gibt dann Nächte, die man einfach nicht schlafen kann. Und wenn es auf eine Dauer von zwei Monaten sich erstreckt, das ist dann schon sehr, sehr nervig. Also wir haben uns, wie gesagt, eher entschieden für die ruhige Gegend und diese Airbnb-Anlagen. Aber ich denke, das ist weltweit so. Und in den Wohnanlagen sind so richtig verstreut. Und wenn da dann Partystimmung ist ohne Ende, also Freunde, das geht an die Substanz und sollte nicht so sein. Ich denke, wenn junge Leute in so eine Anlage kommen, warum kann man nicht die Partyzone in der Partyzone nutzen? Warum muss man in der Wohngegend eigentlich Lärm produzieren? Bis Ende nie. So Freunde, das wollte ich euch sagen. Wie gesagt, der Anlass war der Bericht, den ich unten in der Videobeschreibung verlinke. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt unten in der Videobeschreibung, wie ihr die Sache seht mit der Lärmbelästigung. Wie gesagt, es gibt auch in Griechenland eine Ruhezeitenbestimmung. Und das ehrlich gesagt, das habe ich selber gar nicht gewusst. Und wie ihr die Sache seht, punkto Lärmbelästigung. Also Freunde, schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.